Ich wollte gerade sagen, es ist so unglaublich ruhig, da schreit rechts auf dem Ohr irgendwas. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Far Cry. Oh, Stein, gefährlich. Ich bewege mich und schon geht die Musik wieder an. Musik kann man das nicht nennen. Sagen wir mal Umgebungsgeräusche, was war das denn jetzt? Welcher Affen-Arsch hat denn hier geschossen? Kam jemand um die Ecke? Das ist nur ein Strauch. Hä? Was hat denn uns gerade eben umgebracht? Ist ja verrückt. Ich bin ins Auto, hier ist nämlich ein Dach drauf, da ist ja geschützt. Auf zum Richtung, wir gucken, wer uns sich noch in den Weg schlägt. Ach so, du Arsch hast vielleicht geschossen. Aua, der schießt gut. Muss man ihm lassen. Guck, der im Busch oder was? Das wäre gemein. Hey. Hui. Hallo? Mann. Ist ein Meister seines Fachs? Ne, 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 ne. Trefft er uns bestimmt auch sofort, wenn man ihn überhaupt sehen kann. Ich glaube, wir sehen ihn nicht. Ich würde ganz schneller laufen. Ich habe zu niedrig geguckt. Das wäre doch nie was. Wir können ja nicht mal an ihm vorbeifahren. Er haut uns ja weg. Oh, 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 er schießt schon. Was wer, wer schießt denn da? Mhm. Dann warten wir mal, bis er geschossen hat. Und dann gehen wir mal vor. Wo ist er denn? War der nicht vorhin hier? Er hat gerade geschossen. Also können wir wieder gucken. Ah, ich habe ihn gesehen. Zu spät. Der ist aber auch gut getan. Muss man ihm lassen. Ich meine, so schnell kann ich ja nicht mal anvisieren und dann wegpusten, weil er uns wegpustet. Oh, das ist ganz schnell dran. Jetzt sehe ich ihn. Moment, das war weiter. Oh, scheiße, ey. Wenn wir uns bewegen, können wir nicht markieren, ne? Jetzt bin ich mal ganz kurz stehen geblieben. Oder wir wollten gerade stehen bleiben. Dann schießt er uns um. Guck mal. Wie hört man hier rum? Ja. Stört ihn nicht. Was mache ich denn jetzt? Weil Rauchgranate kann ich auch nicht werfen. Ich habe keine. Und blenden geht auf die Entfernung auch nicht klar. Wie, den Stein hat er jetzt nicht gesehen? Das ist ja enttäuschend. Er hat geschossen. Er hat geschossen. Er hat schon wieder geschossen. Mann! Aber... Können wir mit anlaufen, die Ecke düsen, dann haut er uns bestimmt trotzdem aus dem fahrenden Fahrzeug raus. Kann nicht mal wenig Leben, er gibt uns halt einen satten Kopfschuss, schätze ich. Aua, 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 aua. Das Schlingelchenfahren juckt ihn, denke ich auch nicht. Mist, was machen wir denn jetzt? Boah, wir haben es überlebt. Krass. Scheiße, ich sehe ihn wieder nicht. Oh Mann. Wird der ansetzen Sicherheit wegen, oder was? Jetzt pack ich das Fernglas aus und wir sterben sofort. Der schießt, der Arsch. Wieso hören wir das nicht, wenn wir nicht im Fernglas sind? Den Kack weg. Beim Busch. Jetzt müssen wir die Schussroutine von ihm reinbekommen. Wann schießt er, wann nicht? Moment. Ich habe ihn mal sowas wie gesehen. Ich glaube, wir haben ihn nicht getroffen. Oh doch. Oder? Nee. Krass, er trifft nicht mehr gut. Aber wir treffen genau so schlecht. Oh Mann. Der schießt echt gut. Im Sinne von, er ist da schon ein bisschen getarnt. Wieso trifft er jetzt nicht mehr? Zwar wieder daneben. Nee, ey. Trifft er auf einmal gar nicht mehr. Jetzt ist er gestorben. Jetzt haben wir noch einen neuen Schuss. Nein. Das ist mir zu wenig. Und der Kante hier trifft er uns nicht gut. Er kann uns zwar sehen, aber die Hitbox vom Berg ist wohl zu gut. Er lebt. Nicht mehr. Sehr schön. Es waren aber lange siebeneinhalb Minuten. Weiter geht's. Jetzt müsste er jetzt weiter angekommen sein. Jetzt wissen wir aber auch, wo Schafschützenmunition liegt. Wenn ich die überhaupt wieder finde. Er speichert. Ich will da auch. Oh, ein anderes Autorchen. Ein Helikopter ist zu hören. Schafschützenmunition. Wir haben zwölf Schuss. Nein, das sind 13. Können nicht mehr rennen. Mist. Da liegt was Totes. Das war ein echter Typ. Das war nicht ein Mutant. Das war ein Töp. Jetzt haben wir 18 Schuss. Aber ganz hoch. Wir müssen ja eigentlich zum Leuchtturm. Das ist hier war ja... Folgen Sie der Straße in Richtung Archiv. Der Leuchtturm war auf jeden Fall mein Thema. Ich gehe da jetzt hoch, wenn ich noch auf halber Strecke bin. Ich gebe es dir die ultimative Waffe, die wir mitnehmen können. Leuchtturm. Zunardo. Schlechte Erinnerung. Ja, Leuchttürme sind nun mal so am Wasser weit oben gebaut. Das ist nicht unüblich. Gefällt mir trotzdem nicht. Du scheiß Treffer. Lass das. Da ist er! Oh. Piu, 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 Piu. Aua. Das tat ein bisschen weh. Das ist ja ein... Nein, Minigun. Boah. Das wäre schön. Ich glaube nicht. Uh. Uh. Ach stimmt, der Raketenwerfer. Da war ja was. Was ist denn da drin da dran? Das ist nicht so laut. Also klar, der Handy, aber warum? Was ist denn der Arsch? Okay. Okay, dann brennt's. Dann gehen wir wieder runter. Das gefällt mir hier an diesen Leuten überhaupt nicht. So, Scharfschützengewehr eingesammelt. Das reicht noch. Was ist denn jetzt gestorben? Was ist von da hinten? Hat denn nichts zu tun oder was? Nehmen das! Wir können ihn doch eigentlich gar nicht hören, aber er hat seinen Spaß mit. Er schwätzt uns da hinten. Pass auf. Der Typ ist echt aggro. Was ist denn mit dem gerade los? Sind die kurz vorm Maximal Mut... Mutantieren? Mutieren oder was? Aus der Entfernung ballert er mit seinem Maschinengewehr auf uns. Er spinnt wohl. Scheiße. Er hat zweiter Schutz gesessen, dann lasse ich mal gelten. 584 Schuss nach. Hey, du Scheiß-Heli. Ist der Heli, mit dem wir fliehen wollen? Irgendwie reagiert er von uns und er kleinkt schon gleich. Gehen wir da aber auch nicht. Stimmt stehen da böse Buben am Heli. Er schießt auch. Oh! Erstens, warum geht's da so krass runter? Zweitens, warum haben wir auf einmal so einen Boost bekommen? Wir sind den Heli ja praktisch angesprungen. Das ist alles schon... Oh. Ich darf den jetzt schießen. Zum Egelchen. So, das ist etwas jetzt so. Vielleicht Stürme und das Leben ist jetzt so. Passt ja irgendwie. Also, der Heli, der steht nicht kurz vorm Erdboden, der schwebt da weit über am Boden. Hau ab. Cool. Nicht cool. Was war das denn jetzt? War das ein Boot oder eine Raketenlehrmann aus den Fernen wird das gewesen sein? Vielleicht oben. Mal gucken. Ich darf hier nicht so lange hoppen. Haben die Kollegen auf den eigenen Heli geschossen oder wie? Aber gut. Wirkt schon eine Rakete. Rakete, Rakete. Die letzte Rakete fliegt uns ins Gleichtreff. Das ist erschossen. Das ist der Außenbereich der Archive. Ich geh schon weg. Bin dabei. Ich schlag mich durch. Ich fahr einfach durch. Ist das ein Gegner? Nee. Hier, Gegner. Glaube ich. Ich gucke mir hoch. Oh gut. Das ist ein Strafensperrer. Ich weiß, wo du bist. Das ist schön für dich. Puh. Jetzt müssen wir die erst mal gegeneinander arbeiten. Nicht schießen, bitte nicht. Darf die anderen blödie eine? Aha, blödie eine andere. Wie lange sind wir? Wie der fliegt. Ah, zwei große. Große, Entschuldigung. Fettsäcke. Ich geh weg. Sie müssen sich erst mal selbst beschäftigen. Das wäre mir ganz lieb. Uh. Uh. HD. Nee. Uh. Scheiße. Das ist natürlich von Freude. Ich habe auf die Motorhaube geschossen. Wieso züchten das so? Das Auto ist schon längst kaputt. Ist der ein Boot? Ich glaube, der war ein Boot. Uah. Nee, ist der Heli. Nee, Stein. Ist nur ein Stein. Das da. Ah, ich glaube, er ist gestorben. Dann noch 500 Schuss in Sonne. Im Auto geht es auch noch gut. Die sich jetzt gegenseitig eliminiert haben. Das glaube ich nicht. Wir sind zu weit weg. Darstellungsdistanz zu groß. Dann ist alles wieder zurückgesetzt. Ist das so? Wir gucken nachher. Oh, nee. So ein Vieh kommt rüber. Ha. Es hält runter. Liegt der Quatsch. Klingt wieder so nah. Hm. Oh, oh. Okay. Es hält an. Hört ihr innen. Stapfen? Hm. Komm, sei so blöd und fahr runter. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Noch ein Stück nach links von dir hast du gesehen. Ein Stück. Komm. Oh, nee. Müssen ihn runterschubsen. Oh, nee. Er steht noch drauf. So, Moment. Schubs, schubs, schubs. Nein. Scheiße. Hier ist kaum Land. Oh, mein. So bin ich immer gespeichert. Ja. Hier geht es doch hin und immer wieder hoch. Scheiße. Ich glaube, die sind wasserscheu. Die sind im Wasser gestorben. Und Schwung am Baum vorbei. Yeah. Da ist ja wieder einer. Er schießt nicht mehr. Habt er noch? Also klein geworden. Ach, er ist. Er ist nach unten gesetzt. Ah. Warum geht denn der weg von denen? Warum bringt der Mutant die nicht um? Das versteht mich eigentlich. Vorsichtig schubsen. Ganz vorsichtig. So, reicht schon. Gibt es Wasser geplumpst? Ach, so ein Arsch. Bitte, kill hin. Was ist dagegen? Was sind denn das jetzt? Drei. Nichts Auto schlagen. Das war Sprüche. Stehst ein bisschen im Weg, jene. Unsere Gesundheitszustand nicht so gut. Auto geht noch. Schüsse noch gemütend. Hm. Was tut denn schon wieder? Da ist was explodiert. Genau zwischen dir. Leider haben wir nicht mehr viel leben. Das speichere ich auf gar keinen Fall. Feierliche Waffe. Na ja, relativ. Jetzt haben wir sie wieder voll. Kaum noch 11. Der schießt da oben immer noch fleißig. Warum schafft der nix? Ist hier noch Gefahr? Ach, wir sterben. Du gehörst mir! Knapp am Orgel vorbei. Was ist irgendwas in die Luft geflogen? Oh! Das ist irgendwas in der 3. Das finde ich gut. Na. Huch. Der zerhaut uns gleich. Der zerhaut uns gleich. Aua. Kaum noch leben. ateur 1. Der zerhaut uns gleich. Der zerhaut uns gleich. Das war doch nicht auf uns geschlagen Eieieieiei, ist gar nicht mehr so unknackig Das ist unter uns steht der jemand, der ihn gerade beschossen hat, ne? Oh, 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 oh Für dich, Hass, hat das ja ein nasses Ende Nicht schon wieder Boah, nein Aua Jetzt reicht's mir, Auto-Web stehen Ich würde ihn doch gerne erstmal runterschubsen, jetzt nervt der Ich glaube, ich muss ihm die Dinger fliegen, du kannst ja fast in der Luft fangen Oh, ah, ich höre ihn Okay, wir müssen ihn erstmal wegbekommen, dann können wir uns um einen kleinen Kram hier kümmern Das ist mir bloß mir zur Zeit nicht gut gelungen, jetzt fliegt er nicht mal runter Okay, in der Platte steht er gerade, Aua Dich mach ich nieder Und wen meinst du denn jetzt? Dübel Der ist wieder unten, sehr schön Nicht korrigieren, schon rückwärts Das war zu viel korrigiert Da, 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 da Otto, kommst du wieder mit hoch? Hm, Mann Mist Wir machen was anderes, wir knödeln ihn da runter Wir fahren rüber Wir haben noch volles Leben Im Vergleich zu Wir haben gerade geladen Jetzt fahren wir wieder vorwärts So, speichern wir hier erstmal zwischen Da haben wir wieder einen kleinen Zwischenerfolg Irgendwie müssen wir ja einfach herkommen Näher uns schießt jetzt jemand böse ab Jetzt können wir uns um ihn hier Weiß wir wieder zurück müssen Und er nervt Ich weiß, wo du bist Das ist ja schön für dich Jetzt bewegt sich das Auto, hör auf Oh, hä Jetzt wird er zermatscht Oh, Feicher wird zermatscht Na, wobei, Feicher ist relativ Komm raus und kämpfe Okay, der ist jetzt wirklich gestorben Der Fettsack Oh, das hat Leben gekostet So tot Ich lass es mal so stehen Ich speichere aber noch nicht Hallo Ich hab Hallo gesagt Au Von vorne oder von hinten? Du bist am Ende Ländiger Länder oder wie? Dass man im Visieren nicht schießen kann Was ist denn das für ein Kackvisier? Also mit Visieren hat es Far Cry nicht so Für dich hat der Spaß jetzt ein Ende Oh 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 Gewittnikern alle zu schmeißen Geht eh nicht Auf ihn Die rollt vorbei oder so Rollt vorbei ist gut Jetzt geht doch nicht wieder aus der Visierung raus Hallo Okay, hat eine Granate gekostet Aber wir leben noch Und wir haben noch volles Leben Also so voll wie wir Vor der Aktion Oh, jetzt hab ich vorhin nicht nachgeladen müssen Also Wir hatten mal mehr Leben Aber es geht noch Wir speichern So Schließen Das war ein Mutant Ich dachte, das wäre ein Sticknormaler Typ Aber das war ein Sticknormaler Typ als Mutant Hallo? Oh oh Nichts Er blitzt grün Jetzt schminkt er gleich Au, au Ja, Mutant Mutantensultat Oh oh Warte, kette Warte, kette Noch einer rechts Ne Ich glaube, das ist das Loch in der Scheibe Glaub ich Zwischenspeichern Ja oder nein Was schießen die denn? Scheiß, Kies Dann schießt noch was Sind wir jetzt so weit, dass wir weiterkommen können? Nein, noch nicht Moment, Moment Hier kann was hoch Wie Sind auch böse Fässer So ein bisschen Abstand Auch dieses Da hat mir die M4 dann doch besser gefallen Da könnte man wenigstens Aus der Bewegung heraus noch schießen Wenn man Anführungszeichen Anliegen hat Au, 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 au Was kommst du rum? Oh, ich bin schlecht Okay, aber wir haben ja Zwischengespeichert Das ist ja schon mal etwas Leben sieht noch gut aus Riskant, riskant Ich weiß Das waren zwei Büsche wieder rumflackern Bis dann auch Am Ende laufe ich hier irgendwo ins Feuer Beim Seitwärts Ja Ja Bei der Seitwärtsbewegung Es hat eben gekostet Wenn ich mir die ganze Zeit Selbstgebastelte Madkits reinpfeifen könnte Wäre das ja was ganz was anderes Dann würde ich nicht ständig Laden Und wenn das ja nicht so kacke realistisch schwer wäre Würde ich auch nicht ständig laden Weil dann wäre es einfacher Dann würde man nicht so oft sterben Zum Glück steht er gerade nicht an der Minigun Aber wo steht er denn jetzt? Hast wohl Angst, was? In der Bewegung wieder ausm gesehen Ich glaube Ist da jemand? Scheint zweit zu sein Ich mache ich eigenhändig fertig Oh, Raketenwerfer Mann Oh, oh, oh Au, au, au Ich bin schneller Okay Die haben so gute Augen Die sehen uns sofort Gut, die wissen auch, dass wir da sind Wären wir hier leise vorgegangen Dann wäre es wirklich schwieriger Aber So ist das was anderes Ah, sehr schön Äh, nee, er lebt noch Jetzt muss ich in die Hocke gegangen Boah Zwischen die Beine geschossen Heftig Ich weiß, wo du bist Das ist doch schön für dich Was ist das? Jetzt ist er wirklich tot, hä? Schön zu Du gehörst mir Das stimmt leider Bin gar nicht mehr so überzeugt Von dieser Maschinengewehr-Geschichte Eine Bewegung ist halt extrem kacke Dass man da nicht Schießen kann Also man kann schon schießen Aber halt nicht so Wie ich es mir vorstelle Oh Sehr gut Kleine Absperrung vorbei Könnte schwierig werden Nein Einfach mal mitten durch die Pampa laufen Ich habe mich selber das Visier gefreut Aber Weg Kann ich wenigstens wieder in der Bewegung schießen Die P90 ist ja eh was für die Entfernung Was ist denn das eigentlich? Sowas wie Granaten Aber wie nutzt man die? Schön was denn? Hm Leider keine Gesundheit hier oben Oh Gesundheit Das ist das Hauptgebäude Val muss irgendwo da drin sein Viel Glück bei der Suche Schön wie das Licht erscheint Oh Schilz Typen Oh Heli Leute ScanHeli ist ein VTOL Oder? Hm So wir kriegen gleich Besuch Um die Ecke Ich habe wieder eine Waffe Mit der ich im Visier Im Visier Was machen kann Ach du Scheiße Das sind ja vier Also das sind drei Aber hier links Das ist nein Viertel Können wir den Schild eigentlich auch nehmen? Das kann ich bestimmt nicht so gut umgehen wie die Was ist denn mit euch los? Reicht mir schon für den Anfang Also schleichen will ich hier nicht Also Da fährt mir zu wenig Möglichkeiten Respekt wäre das Spiel Komplett mit nur schleichen Und Mit dem Meucheln Leisen Meucheln schafft Offrealistisch Genutzt du den Schild eigentlich nicht richtig? Du lässt ja immer etwas Spielraum für Wir können ihn treffen Der Kollege trifft echt gut Kommt da irgendwie Schaden Wenn wir ihn so beschießen und treffen Raus raus Vergesst das verdammte Kontrollzentrum Es wird völlig überrannt Das war ein Stein Verdammt ich verschwinde von hier Schützt die Wissenschaftler Beeilt euch Leute Das ist die Wissenschaftler Ich lade auf jeden Fall wieder Wir haben völlig viel Rüstung verloren Schaut mal ein Stein Hier noch einer Könnt ihr bitte mal vorkommen Au Nicht treffen Ich wollte gleich mein Auto Dann ist dieses Schluss mit lustig Kann ich das Geschützte Mini gar nicht Einfach abmontieren Das ist doch Doof Spätestens hier kommen wir mit dem Auto Also nicht vorbei Ah Schick vorgekommen Sehr schön Jetzt stirbt er auch Hältlich wieder zurück Gehen Hör auf Ist nicht da hingehockt Geht auch Ist aber auch schön Dass hier viele unterschiedliche Gegnertypen es gibt Welche mit Schild Welche mit Helm Also mehr Rüstung Allgemein Team Orange Männer Die normalen Bösen Buben Hier ist noch mindestens Ein Schildträger Irgendwo unterwegs Oh da oben Kein Schildträger Vielleicht Aber ein schießender Böser Bub Raus Raus Vergesst das verdammte Kontrollzentrum Es wird völlig überrannt Ach verdammt Ich verschwinde von hier Schützt die Wissenschaftler Beeilt euch Leute Schützt die Wissenschaftler Oh 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 Natürlich ungünstig für ihn Dass er uns nicht trifft Sieht gerade sehr sauber aus Das ist die P90 Da oben geschossen Ist das ein Minigun? Na ist der Schein Erfolge mit der Kamera Warum ist auch ein Medkit? Das nehme ich mal Noch nicht Von wo schießt der Mindungsfeuer Da hinten Schildträger Schon ein bisschen Einspruchs raus Der steckt aber viel weg Der Arm musste schon Durchlöchert sein Wir sind bei 200 Schuss angekommen Das ist mir zu munitionsfressend Aua Ich guck ihn an Wie er uns Rüstung und Leben wegballert Was für ein dünnes Plexiglas Das hält ja gar nichts ab Wir können den Schild nicht mitnehmen Boah Schon ein bisschen schade Wie kriege ich die Unterlaufgeschichte? Ah hier bei der Waffe Oder da haben wir noch Ne Neben der 294 sind Das heißt glaube ich Der Modus Das ist glaube ich Die Modus Anzeige Sprich Automatik Nicht Einzelschuss Nicht Burst Sondern einfach Automatik Meine Vermutung Wir könnten ja mal gucken Gibt es hier eine Unterlaufgranatengeschichte? Links spielen Textjet Ziele verwenden Automatentaschen Anbefangen Glas Cryvision Mit T Kampfeuer Harnis Hervorige Waffe fallen Lassen Granaten Durchschalten Granate werfen Zoom 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 An Aus Nö Kein Unterlauf gesehen Dann ist das halt so Bay 1 Da sollen wir reingehen Na ich weiß ja nicht Ich würde sagen Wir gehen nochmal rein Oft so well Ich hoffe sie hat nicht die Gene von Woody's Handling In gewisser Weise Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss